Hallo bei Learning Level Up! Unser Thema sind polare und unpolare Atombindungen. Die Atombindung ist eine der drei Hauptbindungsarten, zu denen man auch die Ionenbindung und die Metallbindung zählt. Bewirkt wird die Atombindung durch die Herausbildung eines oder mehrerer gemeinsamer Elektronenpaare. Je nachdem, wie stark das gemeinsame Elektronenpaar von einem der beiden Atome angezogen wird, unterscheidet man zwischen unpolaren und polaren Atombindungen. Gemessen wird die Fähigkeit eines Atoms, in einer chemischen Bindung die Elektronenpaare an sich zu ziehen, durch die Elektronegativität. Somit kann man die Polarität der Atombindung durch den Elektronegativitätsunterschied zwischen den Bindungspartnern bestimmen. Wenn die Elektronegativitätsdifferenz nach der Pauling-Skala bei 0 bis 0,5 Einheiten liegt, verfügen beide Partner in einem identischen Verhältnis über die Bindungselektronen. Es handelt sich dann um eine unpolare Atombindung. Liegt der Elektronegativitätsunterschied jedoch bei größer 0,5 bis 1,7, sind die Bindungselektronen stärker zum elektronegativeren Elementatom hingezogen. In diesen Fällen handelt es sich dann um eine polare Atombindung. Bei einer polaren Atombindung sind die Elektronen, die die Bindung ausmachen, nicht gleichmäßig verteilt, sondern ein Bindungspartner, und zwar der mit der größeren Elektronegativität, zieht sie näher zu sich. Dadurch hat dieser Bindungspartner zu viele Elektronen und damit eine negative Teilladung. Dem anderen Bindungspartner fehlen die Elektronen und er hat eine positive Teilladung. Gekennzeichnet wird die negative Teilladung mit dem Symbol Delta- an dem entsprechenden Elementsymbol. Der Bindungspartner mit der positiven Teilladung erhält das Symbol Delta+. Wenn die Ladungsschwerpunkte getrennt sind, handelt es sich um ein Dipolmolekül. Das Wassermolekül zum Beispiel ist ein Dipol. Liegen die Ladungsschwerpunkte hingegen aufeinander, so ist das Molekül kein Dipol. Ob ein Molekül ein Dipol ausbildet, hängt zum einen von der Polarität ab, aber auch vom Molekülbau. So addieren sich die Dipolmomente verschiedener Bindungen in einem Molekül, richtungsabhängig und können sich daher gegenseitig aufheben. So hat Kohlenstoffdioxid ein Gesamtdipolmoment von Null, da die Bindungsdipole entgegengesetzt ausgerichtet sind und sich aufheben. Bei einem Elektronegativitätsunterschied von Größe 1,7 Einheiten zieht ein Bindungspartner das Elektron vollständig an sich und wird dadurch zum Anion und der andere Bindungspartner zum Kation. Es legt dann keine Atombindung mehr vor, sondern eine Ionenbindung. Nun besteht die Aufgabe, die Elektronegativitätsdifferenzen für folgende Bindungen zu bestimmen. Die Elektronegativitätswerte für die einzelnen Elemente kann man dem Periodensystem entnehmen. So gehen Natrium und Brom eine Ionenbindung ein, Stickstoff und Wasserstoff eine polare Atombindung und Fluor und Fluor eine unpolare Atombindung. Das Wichtigste noch einmal kurz und knapp zusammengefasst. Die Polarität einer Atombindung lässt sich bestimmen durch die Ermittlung der Elektronegativitätsdifferenz zwischen den Bindungspartnern. Polare Atombindungen entstehen, weil die beteiligten Atome nicht gleichberechtigt über die Elektronenpaare verfügen und deshalb Teilladungen ausbilden. Bei einer unpolaren Atombindung hingegen verfügen beide Reaktionspartner gleichberechtigt über die Elektronenpaare. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, zum Beispiel zur Atombindung oder zur Elektronegativität, dann schaut doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up!